Ja, das waren zwischen drei und vier Stunden, die wir da, die Session gemacht haben. So, hier ist nicht mehr viel beim nächsten Mal zum Löschen. Wenn die verkackten Wanderer da wieder aus Versehen Brand auslösen, äh, auslösen, äh, auslöschen, nein. Auslöschen sollte man sein. Das hört sich fast wie meine Lieblingsrasse bei Star Trek an. Widerstand ist zwecklos, wir werden ihre Zivilisation auslöschen. Eliminieren. Aber das ist falsche Serie. Ja. Aber sowas von. Äh, mir fehlt schon wieder ein Feuerwehrmann, cool. Ja, wenn du die alle verlierst. Da kann ich auch nichts für. Yo. Das ist so, dass du da war. Yo. Ne, ich hab wohl auch gesehen, dass ich irgendein, ich weiß nicht, krankmann, Heini oder ob das Feuerwehrmann war, der sich irgendwie weggebrochen hat. Ich hab den nur wegfliegen sehen. Du hast ihn irgendwie nur wegfliegen sehen. Ja. Irgendwo links wo die Kirche ist da. Meine Polizei kann es auch langsam anziehen. Äh, zumindest die eine Seite. Höre. Auf dem Weg. Töpfe, du zeichnest dich zufälligerweise auch auf, ne? Nö. Schade. Weil das hätte ich zu gerne gesehen. Was? Ja, wie einer sich da wegteleportiert. Das hab ich aus dem Augenwinkel gesehen. So, pscht. Ach, wisst ihr was, Leute? Fickt euch. Das, wieso wiederholt sich der Scheiß jetzt schon wieder? Nehmen Sie sie fest und transportieren Sie sie ab. Achtung. Alle Sträflinge sind bewaffnet. So, wo ist mein Wagen? Have fun. Drück mal schnell weiter, Alter. Ach cool, hier steht noch ein Feuerwehrmann mit Atemschutzmaske rum. Was geht's? Ist wahrscheinlich deiner. Ja. Ja, sagt er da. Der ist dann irgendwie nicht mitgekommen. Kommt der auf diese geile Idee, mir entgegenzukommen? Nö, schade. Wo ist der denn? Ach, da hab ich halt gesehen. Ah, ist doch schön, dass du ihn siehst. Aber ich brauch ihn ja auch. Ich seh ihn zwar auf dem Wärmebild. Der ist grad einfach hochgeglitscht, dass du das sehst. Ach, ich hab ihn. Ach, okay. Cool. Dann Auf dem Weg, was geht's? Ich habe verstanden. Greifen wir uns direkt den nächsten. Ja, schon unterwegs. Das war der Klick an der Nummer jetzt. Hm. So. Für einen hab ich hier noch Platz, ne? Okay, ja. Ich bin mit dem Bus ja auch noch voll. Ich hab mit dem Bus noch sechs Personen insgesamt frei. Ach, da ist ja noch einer in der Nähe. Hast du? Ja. Ja, ich seh ihn. Okay. Dann ist meiner auch voll. Dann kannst du dich jetzt nicht um den Rest gehören. Mhm. Wird gemacht. So. Ja, KI. Ist immer wieder sehr witzig, wie du, wenn du irgendwo mitten auf dem freien Feld stehst, nicht checkst. Drohne, Drohne, Drohne. Drohne, 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 du Sack, du. Ja, schon mal ein und weiter. Hab dich. Ich bin schon unterwegs. Hm, wieder kurz vorweglaufen, ey. Renn. Renn. Ich krieg dich. Mein Kollege ist abgehauen. Du nicht. Und das nehm ich persönlich. Der eine haut da schon wieder Richtung. Ja, ich bin ja schon mit dem Wagen schon dabei. Hoffe ich. Lass den nicht. Der ist weg. Der ist weg. Ach, scheiß drauf, ey. Bin unterwegs. Ich gucke mal, ob im Norden vielleicht wieder einer ist. Bei dem anderen Typen. Ach, fuck, ey. Ey, da bist du mit mehreren Polizeiautos definitiv schneller, weil die schneller heizen können. Hm. So viel zum Thema, ne? Ja, ist mir grad mal aufgefallen, weil ich war immer zehnmal schneller da irgendwie und... Und meins war leider voll, sonst hätte ich mir den gepickt. Wir sollten da einfach ein Bullenauto stehen lassen. Das ist eine Brandstiftung im Einsatzgebiet. Meine Fresse. Da haben wir den Brandstifter und transportieren sie ihn ab. Oh, ich sehe es nicht. Kirche, Kirche. Ach. Löschflugzeug, Löschflugzeug. Und die Kirche haben wir noch in unschöner Erinnerung. Löschflugzeug? Den Dings haben wir schon, ne? Ja, das Kommandofahrzeug haben wir. Du. Aber ich kann mich noch trainieren, dass wir das mal gespielt hatten und, äh, dass wir zeitgleich, ähm, mit dem Dekontifahrzeug, äh, richtige Probleme hatten. Ja. Ja. Könnt sein. Oh, ich sehe gerade, wir haben noch einen Helikopter. Cool. Helikopter? Ein Polizeihelikopter. Ja. Ja, den halte ich mir, den halte ich mir nochmal direkt fest. Höhöhöh. Oh, jetzt brennt der Walter hinten auch. Alles klar. Danke, Löschflugzeug. Mein Gott, und was machen die Feuerwehrautos da halt schon wieder? Du brauchst einen Rücken kuscheln. Leiterwagen. Vor allem, wo ist mein Feuer, wo ist mein Polizeifahrzeug? Hier kommt die Irre. Ja, ich sehe sie schon. Mein Gott. So. Geht dir jetzt eins meiner Feuerwehrautos an? Ja, gemacht. Ich krieg dich, ich krieg dich, du kannst gerne abhauen, das wird nix. Leiterwagen. Und der Polizeihelikopter ist auch schon unterwegs. Vielleicht mit löschen, Jungs? Ja, lauf dir in die Flammen, sicher. Genau, aufs Maul, aufs Maul, ja genau. Wir brauchen Krankenwagen. Ja, bitte. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. So, meine ich gar nicht. Äh, Leute, hier fackelt der ganze oberen Teil, ne? Ja. Polizeibrutalität hier im Spiel. Oh, WTF. Rechtsband ist jetzt auch alles. Ja, ich hab's gerade auch gesehen. Ja, wenn es in der Realität genauso ist, dann müssen wir das ja auch im Spiel durchsetzen, nur mal, oder? Ja. Ja, ich hab's gerade gesagt. Ja, ich hab's gerade gesagt. Hallo, löschen. Was gibt's? Mach mal löschen hier. Okay, over and out. Kann ich mir noch alles in Brand geraten? Eigentlich nur der Wald hier, ne? Hm. Eigentlich. Ja, guck, und die andere Häuserseite. Aber die ist ja erstmal wurscht. So, wo ist das Dingsfahrzeug hin? Auf dem Weg. So, Straße ist soweit zumindest schon mal auf der großen Straße abgesperrt. Dass da jetzt keine Probleme mehr sind. Mama mia. Äh, wo ist das Leiterfahrzeug jetzt wieder hin? Leute, ich hau mal kurz die Pause rein, ja? Ja, das ist schon gut. Für wie lange? Äh, fünf Minuten ungefähr. Okay, dann bis gleich. Ich auch kurz weg.